Herzlich Willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir.naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich Willkommen im Bohnensack. Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Episode. Ich nehme heute auf am Karfreitag. Das ist für mich deshalb relevant, weil das ist so eine Art Podcast-Short, also eine kurze Podcast-Episode mit ein paar Gedanken. Hintergrund ist, dass ihr mir gespiegelt habt, dass ihr diese kurzen Podcast-Episoden auch sehr, sehr schön und angenehm findet. Und deshalb werde ich die immer mal wieder einstreuen, wann immer ich einfach ein paar Gedanken haben werde, die ich einfach mit euch teilen möchte. Das heißt, dieses Shorts-Format oder wie auch immer das heißen soll oder wird oder eigentlich ist mir auch vollkommen egal, wie das heißt. Jedenfalls geht es dann darum, einfach mal über bestimmte Gedanken, die man so im Alltag hat, im fotografischen Alltag eben auch mit euch zu teilen. Ich habe gestern wieder Workshop gehabt, ein Individual-Workshop, war super toll. Und ich genieße immer den Austausch mit den Workshop-Teilnehmern. Und ich muss sagen, ich bin einfach sehr dankbar dafür, Fotografie als Hobby zu haben. Und das wurde mir heute klar, als ich wieder heute Morgen am Karfreitag erstmal Ostereier daheim gefärbt habe und, keine Ahnung, 500 Bilder mit meiner Kamera gemacht habe, 24mm 1.8 drauf und einfach Porträts beim Eierbemalen gemacht. Und ich merke immer, wie glücklich mich die Fotografie einfach darin macht, die Kamera in die Hand zu nehmen und einfach zu fotografieren, zu machen, durch etwas durchzufotografieren, Ideen zu verwirklichen, einfach das zu dokumentieren, was mir gerade wichtig ist. Und genau diese Kombination aus dem letzten Workshop von gestern und sozusagen dieser Erfahrung von heute Morgen, wie dankbar ich bin, dass ich dieses Hobby, diese Leidenschaft für mich habe und dass ich einfach wirklich fast jeden Tag die Kamera in der Hand habe, einfach weil ich fotografieren will, führt zu etwas, was mir immer wieder auffällt. Und das ist sozusagen ein kleiner Osterappell, weil ich einfach das Gefühl habe, dass Fotografie so oft so falsch verstanden wird. Und worauf ich hinaus will, ist etwas, was ich mit Jan hin und wieder mal bespreche auch, wie oft reden wir über Technik. Wir sind ganz oft diese Technik-Nerds, wir definieren uns gerne über Kameras, über Objektive, wir reden über die ganzen Sachen und dann machen wir eins, wir setzen uns dann auf die Couch und schauen uns irgendwelche YouTube-Videos an oder wir hören hier diesen Podcast und dann bekomme ich häufig, wenn ich bei Workshops irgendwas erzähle oder mache, auch gesagt, ah ja, so eine Idee habe ich mal hier und hier gesehen, auf dem und dem YouTube-Tutorial oder der und der hat das ja auch mal ähnlich gemacht. Und was mir dabei auffällt ist, dass wir von wir erleben etwas selbst hingehen zu wir bekommen etwas vorgelebt, wir bekommen etwas gezeigt auf YouTube oder im Podcast erzählt oder wie auch immer und wir kommen aber nie ins Umsetzen. Das heißt, wir bekommen es gezeigt, ah ja, so könnte das gehen, dann ist der Nächste dran, ah, das könnte ich vielleicht auch, jetzt habe ich das ja schon erlebt in meinem Kopf, was aber jetzt fehlt, ist, dass man rausgeht und dass man auch selber umsetzt, dass man selber diesen kreativen Prozess des Schaffens erlebt und deshalb sozusagen dieses Format oder dieses Short heute, macht doch mal etwas geht raus, gerade jetzt habt ihr die Zeit dazu, ihr habt jetzt in der Regel, wenn ihr irgendwie angestellt seid, ja Freitag bis Montag, je nachdem, vielleicht habt ihr auch noch einen Brüggentag danach oder sonst was genommen, vielleicht habt ihr jetzt drei, vier, fünf freie Tage, geht doch mal raus und fotografiert. Und ja, ich weiß, es ist manchmal schwierig, sich jetzt die Zeit zu nehmen, aber hey, jeder hat die Möglichkeit, die Kamera zu nehmen und rauszugehen. Klar, wenn du jetzt über die Feiertage arbeitest, weil du irgendwie systemrelevant bist, wenn du eventuell im Gesundheitswesen arbeitest, im Krankenhaus oder ähnliches, vielleicht arbeitest du, aber jeder, der jetzt nicht arbeiten muss und ein verlängertes Wochenende hat, der sollte sich überlegen, ob er vielleicht die Kamera in die Hand nimmt und rausgeht und diese kreativen Prozesse, die er vorgelebt bekommt, auf allen möglichen Plattformen, auch selber in die Realität umsetzt. Denn ich finde, es ist nichts wichtiger und nichts praxisrelevanter in der Fotografie als selber zu kreieren, selber Ideen zu haben, selber Dinge umzusetzen, selber Licht zu sehen, selber Natur zu erleben. Ich meine, wir sind da draußen, wir riechen den Boden, wir spüren die Regentropfen, wir spüren den Wind, wir sehen das Licht und all diese Komponenten, die müssen wir in einem Foto zusammenbringen. Wir müssen uns entscheiden, wie bauen wir das Bild auf, welche Elemente kommen überhaupt in mein Bild, was ist heute mein Motiv, welches Motiv habe ich mir vielleicht vorgenommen und welches Motiv fotografiere ich nachher. Und aus all diesen Fragen entsteht ja ein Erleben vor Ort und es entsteht eine fotografische Vision von dem, was wir gerne umsetzen wollen. Und deswegen ist mein ganz, ganz einfacher und schneller Appell, nehmt die Kamera, geht raus und setzt das Ganze um. Geht wirklich einfach irgendwo fotografieren, auch wenn die Bedingungen nicht die besten sind und schaut mal, was ihr daraus machen könnt. Schaut mal, wo ihr eine Reflexion findet, die euch fasziniert. Schaut mal, wo ihr vielleicht ein Frühlingsblümchen findet, das euch gefällt. Vielleicht ist es auch nur eine, vielleicht ist es auch einfach eine Rindenstruktur, vielleicht ist es Moos im Wald. Aber hey, geht raus und macht was, fotografiert und hört auf, immer nur zu konsumieren, hört auf, Podcasts zu hören, YouTube zu gucken, sondern geht raus und setzt es auch wirklich um. Denn ganz ehrlich, es ist doch vollkommen egal, ob ihr die technischen Daten von noch einem Objektiv kennt, ob ihr noch genauer wisst, welches Objektiv wie scharf ist, welches Objektiv welche chromatischen Operationen, welches Objektiv welche tollen Vignettierungen macht, Lensflares oder sonst irgendwas. Dieses Wissen ist zwar schön und begeistert das Technikherz, aber wenn du sagst, du möchtest gerne fotografieren, wenn du sagst, du bist Naturfotograf oder dass dir Naturfotografie wichtig ist, dann tausch den Theoriesessel ab und zu mal durch den Praxissessel und erlebe einfach die Fotografie. Denn Theorie ist derart geduldig. Theorie hat meistens nichts mit Natur zu tun, denn die Natur ist sehr wandelbar. Du wirst niemals die perfekte Komposition aus dem Lehrbuch haben. Du wirst niemals das perfekte Licht aus dem Lehrbuch haben. Du wirst niemals das perfekte Histogramm aus dem Lehrbuch haben. Du wirst das alles, was du theoretisch lernst, nie in der Natur so vorfinden, wie es ist. Sondern wie der Saarländer eigentlich sagt, eigentlich ist die Natur so für uns zum Knauben da. Das heißt, wir müssen probieren, wie können wir die Ideen, die wir haben, umsetzen mit dem, was eben vor Ort vorgefunden wird. Und das wird eben nicht besser, indem wir eben uns nur online betüdeln lassen von irgendwelchen Medien, sondern das wird nur dadurch besser, dass wir rausgehen, dass wir probieren, dass wir experimentieren, dass wir verschiedene Standpunkte ausprobieren, dass wir hochgehen, runtergehen, links gucken, rechts gucken, probieren, wie wir etwas durchfotografieren, mit der Blende experimentieren, eventuell mit dem Licht rumprobieren, dass wir uns Wissen aneignen über die verschiedenen Arten, die wir fotografieren wollen. Aber das sind alles Themen, die entstehen ja nur dadurch, dass wir rausgehen. Und das sind alles Praxisbezüge, die wir eben nur draußen in der Natur erlernen können. Und das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass du gerne in deiner Fotografie und in deiner fotografischen Arbeit weiterkommen willst, dann schnapp dir jetzt deinen Fotorucksack und geh einfach raus, irgendwo hin, in den Wald, an den Fluss, wo auch immer du gerade hin kannst, und fotografier anstatt zu Hause zu sitzen und irgendwas anderes zu machen. Also, das ist sozusagen das Ziel des Ganzen. Ich will dich dazu bewegen, rauszugehen, zu fotografieren, die Frühjahrsmüdigkeit abzuschütteln und einfach die Natur mit allem, was so großartig daran ist, zu erleben. Und deshalb, geh raus und fotografier. Viel Spaß dabei. Ich wünsche dir frohe Ostern und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und nächste Woche gibt es wieder eine Podcast-Episode zusammen mit einem Gast. Wer das ist, verrate ich noch nicht. Ich sage mal, es ist jemand aus Österreich. Und jetzt darfst du dir den Kopf zerbrechen, wer das ist. Viel Spaß beim Fotografieren.